Robert Glatzel, schafft er es den Ballon d'Or zu gewinnen? Das finden wir heraus. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Messi, Maris, Benzema und Gülisch. Und gewonnen hat Maris. Hamburg konnte den Aufstieg schaffen, dabei sind Glatzel 11 Tore gelungen und er ist hoch auf eine 77. Im zweiten Jahr sind die Favoriten Benzema, Neymar, Messi und Maris. Und gewonnen hat Benzema. Im zweiten Jahr hat Hamburg die Bundesliga gewonnen, 19 Tore sind Glatzel dabei gelungen und er ist hoch auf eine 83. Im dritten Jahr sind die Favoriten Neymar, Sancho, Messi und Ronaldo. Und gewonnen hat Sancho. Und wieder hat Hamburg die Bundesliga gewonnen, dabei sind Glatzel 28 Tore und eine Torflage gelungen und er ist hoch auf eine 88. Ob er es schafft den Ballon d'Or zu holen, seht ihr in Part 2.